Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadly Premonition. Ich musste gerade allen Ernstes nachdenken, welches Spiel ich hier gerade spiele. Nein, es ist nicht The Par, und es ist auch nicht Cat Lady, nein, es ist Deadly Premonition. Es ist schon wieder ziemlich lange her, dass ich gespielt habe. Grund dafür ist, dass ich letztens auf einer sehr, sehr schönen Hochzeit war. Ach, kann ich nicht tragen. Ja, und da blieb leider nicht so viel Zeit zu aufnehmen, aber jetzt ist die Hochzeit vorbei, leider. Und ja, jetzt können wir wieder weitermachen. Ich habe ehrlich gestanden keine Ahnung mehr, was letzte Folge passiert ist. Wir haben Thomas gesucht. Ah, doch, das war, wo unser allerliebster Ron mit uns hier war. Wo wir hinter Anna hergelaufen sind und die uns dann hier in die Bar geführt hat und der Elektro-Killer uns versucht hat umzubringen. Mal wieder. Und Thomas irgendwie ein ganz großes Geheimnis hat irgendwie. Entweder er ist der Mörder oder er ist es nicht, oder ich bin mir gar nicht sicher und ich weiß es nicht. Lass uns einfach weitermachen. Mit diesen Schaltern könnten wir die Beleuchtung ändern. Momentan ist gelb eingestellt. Okay. 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 Ich habe die jetzt rot gemacht. War das jetzt richtig? Ist das jetzt richtig? Hey, ich habe keine Ahnung. Der Raum ist mit einer Art von Gerät verschlossen. So gründlicher, Zach. Hey, das hat doch gerade so gedingend. Ne, die rot war nicht richtig. Oder was? Okay. Äh. Ach, da ist blau eingestellt. Ach so, das ist li... Äh, so, okay. Gelb. War das jetzt richtig? Rot und Gelb? Hä? Nein? Okay, rot und gelb ist es anscheinend nicht. Woher weiß ich denn, welche Farben ich einstellen muss? Oh, das ist ja noch so ein Ding. Was denn? Ähm, das Licht ist jetzt ganz rot und die Schalter gehen nicht. Hä? Wieso ganz... Ich verstehe es nicht. Muss ich das ganz rot einstellen? Rot. Ja, war das jetzt... Oh, das war tatsächlich richtig. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Wer weiß das echt nicht. Okay. Aber die Tür ist jetzt auf jeden Fall offen. Wir können unsere Suche... Warte, ich speichere nochmal kurz. Wir können unsere Suche nach Thomas endlich weiterführen. Ich hoffe, es geht dem Kleinen gut. Ich hoffe, er ist nicht tot. Oder ich hoffe, er ist nicht der Mörder. Oder er ist tot und der Mörder. Ich muss meine Waffe rausholen. Jo. Okay. Da poppt doch gleich wieder der Elektrokeller raus, oder? Da von der... Von irgendeiner Seite, oder? Nein. Nein. Okay. 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 Es ist natürlich immer super, eine Episode zu Beginn in so einem Horror-Ding und es könnten überall Geisterzombies sein und Grudge-Ladies und Elektro-Axt-Mörder und... Ich fühle mich gerade dezent unwohl. Ja, nicht direkt unwohl, aber angespannt. Okay, wir rennen jetzt einfach nur durch. Okay. Wir sind in der Bar, immer noch, ne? Oder unter der Bar war es. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade überhaupt hingehen. Beziehungsweise wo York hingehen möchte. Oder er hat es gesagt und ich habe es einfach nur total vergessen. Wow, das war perfekt. Ich dachte, ich müsste hier eine Kiste kaputt machen und dann kommt diese Gegner. Ich habe ein perfektes Timing. Komm schon. Ja. Stahlpokor kann ich eh nicht tragen. Ha. Wenn ich nur wüsste, wo ich hier bin, das wäre um einiges leichter. Da hinten habe ich einen Gegner gesehen. Die Nervosität steigt. Headshot! Stirb! Komm schon! Perfekt. Was ist denn hier? Gefällt es mir, dass das Spiel mich hier gerade so mit Heilkram zuwirft? Ich glaube nicht. Kommt bald wieder ein Boss? Ich hoffe nicht. Hier sind noch mehr Kisten. Nein, doch nicht. Die haben so Krisel drauf, das heißt, die kann ich nicht kaputt machen. Glaube ich. Oh, was haben wir hier? Ein Säbel! Eee, wie cool! Ich fülle das mal in den Kasten rein. Auch wenn ich den Kasten nie benutze, aber trotzdem viel cool. Kann ich die kaputt machen, obwohl da so Krisel drauf ist? Ne, dachte ich mir. Dann geht es weiter. Ach, die hat gerade was gehört. Also auf jeden Fall ist das gerade hier relativ ruhig. Nichts allzu Großes und nichts allzu Gruseliges und äh, ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht. Ein paar vereinzelte Gegner. Ich versuche immer, den Kopf zu treffen, aber das ist... Ah! Nicht auf mich zu kommen, nicht auf mich zu kommen. Ganz ehrlich. Ja, da. Wieso sind denn hier denn so wenige Gegner bloß? Das Spiel hat mich schon mal mit mehr Gegnern zu. Punkt. Es ist zu ruhig. Zu wenig, was hier gerade passiert. Es kommt irgendwas Großes auf uns. Wie zum Beispiel diese Kisten. Die sind groß. Und ich bin auf sie zugegangen und hab sie erschossen. Hallo, Gegner. Ich kann die eingemachten Gürkchen leider nicht mitnehmen, weil mein Inventar wieder voll ist mit... Stirb! Ähm, natürlich mit einem anderen Zeug. Mal wieder. Hallo? Ich kann noch kurz mal unsere Stats angucken. Äh, ja. Ein bisschen was könnten wir schon essen. Gucken wir mal, was wir dabei haben. Wir haben den bösen Lutscher vernichtet. Ein Donut, noch ein Donut. So, jetzt hätten wir... Äh, zurück. Platz für diese lose Gürkchen. Sehr gut. Jetzt, dass sich Jörg auch mit schön fettigen Donuts zugefuttert hat, können wir weitergehen. Und... Wieder nur ein Gegner. Das ist ganz, ganz komisch. Oh, der hat eine Waffe in der Hand. Nicht schießen. Ich bin der hier, der schießt. Nicht du. Wie hier überall Kisten rumliegen. Hm. Irgendwie fühle ich mich noch gar nicht so gestresst gerade. Es sind nur wenig Gegner. Es ist relativ ruhig. Irgendwie. Ich weiß nicht. Da hinten sind noch mehr Gegner. Das ist ein Feuergegner. Das sehe ich von hier schon. Das ist ekelhaft, wie die sich dann anzünden. Das ist schon echt. Okay. So viele Items. Ich weiß gar nicht viel, was ich die Kugeln da brauche. Aber ich nehme sie einfach mal mit. Einfach so. Keine Ahnung. Die sind für meine Shotgun. Für meinen allen liebsten Grudge Ladykiller. Geh weg. Uns fehlt immer noch ein Hinweis. Darauf Thomas es befindet. Hier ist voll. Da kommt jetzt... Nein. Da ist zu. Da ist zu. Hier ist nichts. Okay. Da ist ein Gegner. Gut. Läuft hier besser als gedacht gerade. Ich habe ungefähr überhaupt gar keine Orientierung. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Äh. Komisch. Sieht ein bisschen rot aus hier. Da ist Grissel davor. Da sind Kisten, die ich ermorden kann. Perfekt. Wieso perfekt? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte einfach nur so schnell wie Möli aus diesem Albtraum hier gerade raus. Ich möchte einfach nur Thomas finden. Mir geht es gerade echt nur um Thomas. Nein. Verdammt. Okay, okay, okay. Geh. Nein. Nein. Du siehst mich nicht. Nein. Nein. Genau. Siehst du mich nicht mehr. Nein. Nein. Oh. Ups. Ähm. Da habe ich mich verdrückt. Ich habe anstatt auf F auf R gedrückt. Alter. Insta-Kill. Was sollte das? Okay, ich glaube, jetzt ist meine Nervosität doch wieder an einem Punkt angekommen, wo sie jetzt langsam nervös wird. Meine Nervosität wird nervös. Alter. Okay. Gott sei Dank muss ich nicht so viel nochmal machen. Lustige Kisten hier. Wenn ich die Kisten nicht erschieße, kommt er dann trotzdem? Ja, jetzt muss er sich halt erstmal durch die Kisten durcharbeiten, ne? Ja. Da habe ich ihm vorhin was Gutes getan, dass ich die Kisten weggemacht habe. Okay. Nein! Ich sollte auch nicht auf F drücken, ich sollte auf E drücken. Verdammt! Wieso kann der sich porten? Alter. Okay. Man merkt, ich habe lange nicht mehr gespielt, dass ich ungefähr gar nicht mehr klarkomme. Okay. Kein Stress, das kriegen wir hin. Jetzt weiß ich, dass ich zumindest mal einen Finger auf E haben sollte. Okay. Alle guten Dinge sind rein, ne, Leute? Drückt mir die Daumen, dass ich es dieses Mal schaffe und nicht irgendwie dumm bin und panisch. Echt? Was für ein Zufall, ich sehe dich nämlich auch. Jetzt sehen wir uns gegenseitig. Okay, ich bin gleich soweit. Es ist gleich soweit. Und ausweichen. Wow, yeah, man! Das war cool. Das war richtig cool. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal irgendwie ausweichen. R. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich weiß nicht mehr alle Tasten. F. Fuck yeah! Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ich habe langsam keine Tasten mehr, die ich drücken kann. F. Oh Gott. Bitte lass es bald vorbei sein. Ich würde es nicht nochmal machen müssen. E, R, F, F. Das muss ich mir merken. Äh, E. Oh Gott. Oh Gott. Er ist direkt hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Okay, er ist ein bisschen weiter weg als direkt hinter mir. Aber... Oh. Wieso läuft denn der so langsam? Okay, okay. Wir können weiter laufen. Wir können weiter laufen. Kein Stress. Wir können weiter laufen. Der lässt sich schön zeit. Der braucht sich auch nicht beeilen, und bis der angekommen ist, da wo wir sind, dann sind wir schon längst weg. Was ist das denn? Eee! Nein! Nein! Verdammt! Oh. Ihr hört meine Enttäuschung. Ich war fast... Hatt' ich's geschafft. Okay. So. Ich werd' jetzt mal ganz leise sein und mich konzentrieren. Also, nicht wundern, wenn ich jetzt ne Weile lang stirbe. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Ja. Wisst ihr was, Leute? Ich schneid' das einfach kurz für euch raus. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich das hier noch mache. Also, wie oft ich das hier noch mal wiederholen muss. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich's geschafft hab. Juhu, Leute! Wir haben's geschafft. Ich... Es war... fast zum Verzweifeln. Ich hasse solche Quicktime-Dinge. Äh? Was denn? Was denn? Was denn? Hey, was? Oh Gott! Was ist das denn gewesen? Ich hab grad versucht, einen Gegner in mir zu spawnen. Äh. Verdammt. Aber auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft, dieses verdammte Quicktime-Event hinter uns zu bringen. Oh Gott! Alter! Was soll das? Geht weg! Äh! Ich hab Angst. Ich versuch von hier aus jetzt mir meinen Weg freizuschießen. Ne, das ist zu weit weg. Alter! Diese verdammten Feuer-Zombies. Okay, weg, 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 weg! Äh! 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 Die kommen daher und verbrennen einfach. So, so Amok-Zombies. Oder Amok-Geister, oder... Äh! Äh! Zu viel! Zu viel! Äh! Äh! Okay, okay, okay. Alter! Ich glaub, so einen schlechten Tag hatte Yorff lange nicht mehr. Okay, wir müssen eine Medizin nehmen. Ich glaub, darauf hat uns das Spiel die ganze Zeit vorbereitet, dafür, dass wir zu viele Medizin nehmen müssen. Ja. Ja. Okay, perfekt. Der läuft einfach vor mir weg, als ob nichts wär. Der hat keinen Bock auf mich. Eindeutig. Hab, die, die geistern zwar ein bisschen, die haben auch schon lange keinen Bock mehr auf Yorff. Hier ist nichts. Gut. Ich bin grad einfach nur noch... Ich möchte hier raus. Wo ist Thomas? Können wir jetzt nicht einfach gehen, wo immer wir auch gerade sind? Nicht, dass ich jetzt genervt wäre oder so, aber... zu langsam. Jo, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Die Geister, die da verbrennen. Komm her. Wow. Ähm. Wir lassen die jetzt einfach verbrennen. Perfekt. Klappt doch relativ gut, ne? Da kommen wir nicht durch. Hä? Bin ich jetzt einmal wieder... zurückgelaufen? Ich bin zurückgelaufen, oder? Verdammt. Hä? Oder? Hä? Wie bitte? Da geht's nicht mehr... Hä? Wo bin ich denn? Ach, hier muss ich drüber. Okay, okay. Hab's schon verstanden. Wow. VTF. Ich schieß die ab und der Stunt spawnen sie. What the fuck? Was für komische Gegner sind denn hier das? Okay. Ich bin grad ein bisschen eher ruhig und so. Ich möchte einfach nur so schnell wie möglich hier raus. Komm schon. Ist das mein... Wir sind wieder zurück in der Bar. Ohne Scheiß. Wir sind jetzt einmal keine Ahnung, wo wir hin gelaufen. Was? 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 Wieso kommt da jetzt so Musik? Das Spiel versucht mich immer wieder mit Geräuschen und Jumpscares und so zu verschrecken. Ich merke das schon. Ich hab keinen Platz mehr, oder? Nein, ich hab Platz. Super. Okay. Wir tun hier nachladen. Wir tun hier speichern. Gucken kurz auf die Uhr. Na, wir haben noch Zeit. und gucken uns den letzten Hinweis an. Hölzernen Eispickel? Dafür wurden Eispickel aber nicht erfunden. Nie und nimmer. Für was denn? Für in Klaviere drinstecken? Hölzernen Eispickel? Hm. Jetzt können wir es endlich ganz sehen. Was ist mit Thomas passiert? Was ist mit Thomas passiert? Was ist mit Thomas passiert? Ich hab ehrlich gestanden, keine Ahnung. Aber Jolk hat bestanden eine Ahnung. Musik? Ähm. Ich hab Angst. Ich weiß nicht warum. Oho! Ich wusste es! Ich wusste es! Meine Angst war berechtigt! Wenigstens musste ich nicht mal nichts drücken. Alter! Was soll das denn? Ich hatte nicht mal eine Chance, wegzulaufen! Okay. Weich aus, weich aus, weich aus, weich aus, weich aus, weich aus! Los! Verdammt. Wenigstens steht er einfach nur da und macht nichts. Das ist gut. Puh, also heute hat der Mörder uns echt auf den Kieker gehabt. Ohne Scheiß. Der will uns tot sehen. Ja, okay, er ist ja auch ein Mörder. Offensichtlich. Oh, wir sind endlich wieder in der Realität. Gott sei Dank. Okay. Ja, hier waren wir gerade. Hier sind wir gerade weggelaufen. Und wo ist jetzt Thomas? Da drin? Ist er da drin? Reinstecken? Hey, was denn reinstecken, hey? Wie bitte? Ach, den Eispickel. Oh, okay. Das ist eine komische Tür. Okay, ich bin bereit. Es geht runter in den Keller. Keine Musik. Alles still. Ich lad mal meine... Ich wollte gerade meine Waffe nachladen. Okay, Waffe ist geladen. Was ist das Blut hier auf den Boden? Du hast einfach nur Teppich. Äh. No. Uiuiui, Leute. Ich bin aufgeregt. Seid ihr auch aufgeregt? Oh. Okay. So, es ist nicht Bonnus footage. Es ist still Public Schuss. Wenn die Trader ist, ist er. Erst things first. You better let poor Nick go. Was? Was? Wie bitte? Ich bin verbarer. Wie bitte? Ich bin verbarer. Was? Ich bin verbarer. Okay. I will take my watch out. I am I so... Let me in hand. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht mal, was ich jetzt sagen soll Ohne Scheiß, Leute Ich hab keine Ahnung Grausames Gerät Ja, meinst du damit Thomas? Thomas ist das grausame Gerät, oder was? Alter Oh mein Gott Keine Ahnung Ich weiß nicht, was ich sagen soll Ich bin einfach im Sprachlosgrad Aber wir haben Geld, immerhin Ich würde sagen, Leute Wir beenden die Episode hier für heute Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Ich hoffe, ihr seid Also nicht ich hoffe, aber Ob ihr genauso sprachlos seid, wie ich gerade Was es mit Thomas auf sich hat Hat er vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit? Möchte er vielleicht eine Frau sein? Ist er vielleicht doch der Mörder? Ich glaube, im nächsten Part Kriegen wir da hoffentlich ein paar mehr Infos Hoffentlich Bis dahin, Leute Lasst einen Like, Down und einen Kommentar Falls ihr was zu sagen habt Schreibt es in die Kommentare Es würde mich echt brennend interessieren, was ihr denkt Und wenn nicht, dann, naja Sehen wir uns ja in der nächsten Folge wieder Bis dahin Macht's gut Skillstift So etzt